Und herzlich willkommen zu Part Nummer 20 von Lego, das siebte Jahr. Wir legen direkt los. Wo müssen wir denn hin? Hier. Ah, da rein. Ich dachte, du bist am Kacken. Müssen wir denn machen? Also, das ist jetzt unser neues Basislager. Wir machen jetzt den Hut, die Flasche, die Sterne und den Mond. Komm, wen haben wir vorher geschaltet? Hippilodus, Hochzeit. Ex Hippilodus, keine Ahnung. Oh, wir sind in Hogwarts. Hey, Potter wird gesucht. Aber wieso? So, wir dürfen gar nicht nach Hogwarts, okay? Müssen wir doch das hier nehmen. Komm, wir den nochmal. Alles klar. Hey, Frau. Wir sind wieder da. Okay. Ich hab das Telefon abgehoben. Achso. Achso. Okay, jetzt bin ich überfragt. Wo willst du denn hin? Achso. Da geht ja nochmal. Okay. Ballons. Na dann. Dann können wir ja da runter. Oh, da kannst du jetzt was bauen, ja. Gut, neuer Weg. Jetzt geht's weiter. Okay. Ist ein bisschen kompliziert gerade. Hey. 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 Lass mich in Ruhe. Achso, da haben die sich sozusagen ein bisschen zerschritten gehabt. Ist niemand. Hallo, ich bin der Harry. Oh, die kriegen wir auch nicht zerstört. Wir gehen jetzt anscheinend zum Friedhof der Eltern. Harrys Eltern. Das ist nicht, das sind nicht die Potters. Das sind nicht die Potters. Und das die Potters. So, das war Salz. Ja, auch nicht. Muss ja ein kleines sein. Hamina? What the fuck ist... Ah, so ein Föhn. Das muss das sein. Nein? Okay. Wechsel mal kurz den Zauber. Wir können mich nicht befreien. Wir haben keine dunkle Magie. Oh, hier können wir dran. Warte mal, ich wechsel kurz den Zauber. Ah. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Oh, okay. Können doch nicht in der Krypto da sein. Beziehungsweise in den Dings hier. Aber wir müssen hier was machen. Wir kommen ja schon da rein, da muss es hier noch was geben, wir haben kein Wissi dabei. Was ist das? Da ist es, das Grab der Potters. Sunshine, Dumbledore, Tarko. Ne, das ist Harry's Grab. Frau Potter und Herr Potter. Das ist eine Schlange. Eine verrückte Alte. Alter, was ist das? Ah, wir sollten hinterher gehen. Alter. Folkbilder nach oben, versuche die Bücher aus dem Weg zu räumen. Okay, so geht's nicht. Aber cool, dass Dumbledore uns immer noch Hilfe gibt. Ich habe hierhin eine kleine Schlange. Okay, was soll man gehen? Und hier haben wir. Gangen an auf, was soll ihr? Wo soll ich hinterher gehen? Oh! Ja, wir haben ja vor allem. Wow, ich will da rauskommen. Ein Gebiss? Ah, da kann die Bücher auffressen. So, ich kann jetzt hoch. Alte Frau? Alte Frau? Schlange? Alte Frau? Schlange? Oh nein! Sieh weg! Sieh weg! Hermine, lass dir was einfallen! Los, Feuer! Hier liegt aber nichts mehr! Doch da! Los Hermine, Feuer! Mein! Oh, dass die Schlange nicht treffen kann! Das olle Ding! Oh, das müsste ausreichen! Feuer! Mein! Feuer! Was? Oh nein! Das ist ja noch der Schlange! Ich werde dich besägt, Schlange! Oh, ein Teddy, warte. Ne, mit dir. Oh, na, in der nächsten Raum. Oh, ist das heftig, ist das heftig. Ah, ein Fangiii. Oh, ein Kuchen. Die Kay ist allein. Du hast ja mit den Zauber, wie du noch nie gezaubert hast. Und jetzt. Ein Hammer, ein Hammer. Das wird der Hammer, haha. Alter, 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 alter. Und. Keine Ahnung, was ist das Feuer? Weg mit dir. Müssen wir da hin? Ja, wir müssen da hin. Hey, ich seh schon. Blumentorf gegen Kopf. Ähm. Geh weg. Fisch-Aquarium gegen Flange. Und jetzt. Ich bilde die Rahmen. Für dich extra, genau. Und jetzt fährst du. Die Lampe. Die Ferrikta-Alta-Lady. Gut, aber ich würde mal sagen, das war Part Nummer 20 von Lego Harry, das siebte Jahr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.